Servus Monster Hunter Freunde, wir schauen uns heute die Event-Quests an, die am 14.09. reingekommen sind, welche Belohnung die geben und wie lange sie aktiv sind. Wir fangen mit der Konsolen-Version an, danach geht es dann zur PC-Version. Fangen wir mit der obersten Event-Quest an, die Giftgruppe 5 Sterne im uralten Wald, Jägerang 8 oder höher wird benötigt. Wir müssen drei Gegner ausschalten. Als Belohnung erwarten uns nichts Besonderes, einfach nur die Monster-Materialien, aber dafür richtig viel. Als nächstes haben wir den Korallenwalzer, 7 Sterne im Korallenhochland, Jägerang 13 oder höher wird benötigt. Wir müssen hier vier Gegner ausschalten. Bei dieser Quest sind die Goldkrone Höth kleine und große, also wer von diesem Monster noch eine Goldkrone benötigt, sollte diese Quest hin und wieder abschließen. Das gleiche auch beim Jasma-Opa, diesmal Tal der Verwesung, auch Jägerang 13, 7 Sterne, diesmal natürlich vier andere Monster. Auch bei dieser Quest sind die Goldkronen für kleine und große erhöht, also wer hier auch noch was braucht, sollte diese Quest hin und wieder abschließen. Zu guter Letzt haben wir noch das Auge des Sturms, 9 Sterne, Heimat der Ältesten, Jägerang 50 oder höher wird benötigt. Wir müssen hier den Kampfgehärteten Gruschala ausschalten. Ist wirklich ein heftiges Monster, wobei man sagen muss, von den Kampfgehärteten finde ich ihn, ja, den einfachsten. Wer da noch mehr Infos dazu haben möchte, kann oben rechts aufs I-Zeichen klicken, dann werdet ihr rübergeleitet. Wir bekommen eine neue Gamma-Rüstung und auch ein neues optisches Rüstungsset. Alle Event-Quests, die ihr jetzt hier seht, sind für die nächsten drei Wochen aktiv, denn nächste Woche Freitag fängt natürlich das Herbst-Event an und da sind auch wieder alle Event-Quests da. Schauen wir uns noch den befristeten Beutezug an, was wir hier abschließen müssen. Insgesamt müssen wir drei Pukai erjagen, danach nochmal vier Palomu, zu guter Letzt fünf Drachenälteste und dann haben wir on top den befristeten Beutezug, der uns den goldenen Viriana-Truck gibt und wir können uns ein Edelstein nach Wahl aussuchen. Machen wir weiter mit der PC-Version, hier ist wirklich Full House. Wir haben insgesamt sechs Event-Quests, das ist schon mal richtig geil. Fangen wir ganz oben an, die Vielfraß-Grüße. Vier Sterne in der Spezial-Arena, je Gang sechs oder höher wird benötigt. Wir müssen hier drei Gegner ausschalten, geht richtig schnell, ist auch eine extrem coole Quest, denn wir bekommen hier Essens-Gutscheine für die Kantine. Wir machen das immer so bei uns auf der Xbox, dass wir sehr viele ansammeln. Wenn dann schwierige Quests kommen, dann essen wir immer mit Gutschein und so haben wir die ganze Zeit die Buffs ab. Und das ist auf jeden Fall richtig nützlich. Ich habe auf jeden Fall immer 100 auf Tasche. Event-Quest Nummer zwei, die Giftgruppe. Fünf Sterne im uralten Wald, je Gang acht oder höher wird benötigt. Wir müssen hier drei Gegner ausschalten. Die Event-Quest ist nicht wirklich schwer, gibt auch keine besonderen Belohnungen, einfach nur die Monster-Materialien. Als nächstes haben wir Eiliebhaber vereint. Sechs Sterne in der Arena, je Gang elf oder höher wird benötigt. Wir müssen hier einen riesigen Kulia-Kuh ausschalten, bekommen eine Goldkrone, goldene, silberne Eier. Wer noch Geld braucht, kann das auf jeden Fall abschließen und on top bekommen wir noch ein neues Rüstungsteil, den Kulia-Kuh-Kopf. Wer da noch mehr Infos haben möchte, kann gern oben aufs i-Zeichen klicken, dann werdet ihr rübergeleitet. Event-Quest Nummer vier heißt dreifache Bedrohung. Sechs Sterne in der Spezial-Arena, je Gang 13 oder höher wird benötigt. Wir müssen hier drei Gegner ausschalten. Bei dieser Event-Quest bekommt man ja sehr häufig Juwelen, man muss aber sagen, es sind nur diese Anfänger-Juwelen. Aber wer allgemein mal ein paar Juwelen benötigt, sollte diese Quest hin und wieder abschließen. Und man kann diese Juwelen natürlich auch einschmelzen und mit etwas Glück bekommt man auch ein selteneres raus. Dann ist diese Woche noch Xeno-Aktiv, Hüter der anderen Welt. Neun Sterne, Vereinigung der Schicksale, je Gang 16 oder höher wird benötigt. Die Quest ist einfach dafür da, dass ihr die ganze Zeit Xenomaterialien sammeln könnt. Normalerweise kommt ja Xeno immer wieder mal vorbei. Hier habt ihr sie jetzt die ganze Woche. Zu guter Letzt haben wir noch eine extrem geile Event-Quest. Eine einfache Aufgabe, neun Sterne im Uralten Wald, je Gang 13 oder höher wird benötigt. Wir müssen hier zehn Gourmet-Pilze abliefern. Das ist aber total uninteressant, denn bei dieser Event-Quest können wir Level 30er und Level 13er Fußspuren sammeln. Level 30er sind auf jeden Fall sehr interessant, denn wir bekommen dann Untersuchungen mit lila Lootboxen von zwei bis fünf Stück. Und das ist auf jeden Fall richtig geil, denn wer noch Juwelen braucht und auch Krieger und Heldenstromsteine, sollte das auf jeden Fall machen, um sich eben Untersuchungen anzufarmen, anzusammeln. Und die kann er dann hin und wieder abschließen. Ich habe auch schon ein Video gemacht, was die beste Route ist. Wen das Ganze interessiert, kann gerne oben rechts aufs i-Zeichen klicken. Dann werdet ihr rübergeleitet. Das war es jetzt soweit mit den ganzen Event-Quests. PC hat wirklich richtig viele aktiv. Ich denke auch irgendwann wird es auf PC auch noch das Herbst-Event geben. Wahrscheinlich etwas später wie auf den Konsolen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen freuen. Wer mehr sehen will, kann gerne auf meinem Kanal vorbeischauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zocken. Ich bin weg. Ciao. Haut rein.